hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge seven days to die mit eurem striker und eine wunderschönen guten morgen es ist vier uhr wir sehen hier eine waffenflaschenlampe im moment bräuchte nicht mehr können wir die eigentlich ganz kurz einmal nach der horten nacht waren wir noch nicht wieder unten und damit guckt ob alles am laufend ist und ready ist und so weiter das heißt wir müssten die sagen einmal runternehmen holz haben wir unten auch noch einmal unten alles wieder an kicken anschmeißen ich weiß nicht mehr wie stand der dinge da unten ist und dann holen wir uns den schatz platter mal mit umschrauber hin holen wir uns eine schöne quest level ab hatten wir wo haben wir die haben bei händler reingeschmissen glaube ich so machen das jetzt einfach mal so geht das auch einfach mal so und hier wissen wir ja dass das alles hier reinkommt aber wir haben konnten wir setzen holz kannst du es wollten weil nicht so blei du hast du bist fertig das ist okay mag du vielleicht auch noch was einschmelzen bestimmt noch hast du bestimmt auch drauf so und sagt ja kannst du gleich noch mal einschmelzen hast du was zu tun so dass das machen wir jetzt so zeigt einmal voll das gute und du produzierst und sind wenn ich gesagt auch erstmal ein bisschen stahl so das ist das was uns gerade ein bisschen fehlt oder sich das so voll einschalten und du hast auch einmal ein bisschen start starten die stadt nach so du zack zu viel messen würde echt sagen behaupten das und das erst mal einfach hier reingeschmissen so messen haben wir echt nicht viel da packen wir raus so ein bisschen länger das ist ein bisschen das ist ein bisschen das automatisch sehr schön kleiner mal voll machen so das passt alles gut das hier rüber 1 2 3 4 5 6 1 2 damit sich hier keiner langweilt und sich irgendwie vernachlässigt fühlt machen wir das ganze so dass ich eisen hier rein schießpulver haben wir nicht hier haben wir auch nichts mehr drinnen können wir hier noch schießpulver herstellen das lohnt nicht dann lassen wir besser bescheid müssen wir auf jeden fall kohle und nitrat in der nächsten nach so ordentlich war ganz gut die ausbeute war nicht so doll aber was was verlangen muss ich noch mal gucken sollte aber wirklich den punkt beim händler reingemacht haben nicht aber ich glaube ja hier war das und ja besser verhandeln stimmt müssten ja mal gucken was man benötigen weil geschossen haben wir ja nicht benötigen wir haben shotgun wir haben 9 mm wir haben 7 mm die gelegenheit ich mache mal ganz kurzen karte ich räume das alles weg leute und und dann machen wir uns auf dem weg zum händler wir sehen uns gleich wieder so da sind wir auch schon wieder wir können gleich los einmal die kiste müssen wir gleich noch eine holen und in dem hubschrauber war auch noch der blut von letztes und das muss die ohne begräumen wir haben jetzt ordentlich zeug was wir hier verscheuern können ich glaube bei der einen oder anderen sache habe ich mir bestimmt auch ordentlich vertan das und das und das das und das wie nimmst jetzt von salber mitten also weiß was schönes finden vielleicht finden wir ja schon warum willst du denn nicht hier rüber den wird dann nicht nehmen kollege die mit denen das soll zum roten noch mal den rest und dann verscheuern war alles an den händlern war noch mal eine schöne händlertur im heli sollte dann glaube ich sich schon ein bisschen lohnen wir haben zwei kuchen wir haben zwei trinken alles ich will die karten ob die schätze noch wirklich holen ich komme jetzt dafür haben wir den heli genau dafür haben wir den heli damit war eben relativ fix von einem ort zum anderen fliegen da unten ist meine lebensstelle ja gucken wir haben wir glaube ich auch vielleicht in dieser richtung auch von händler die zumindest alle raus ja dann holen wir da den schatz und den geber da als erstes zum händler ok spritt mäßig müssen wir gucken ich war da so ein bisschen dran rein theoretisch machen wir das jetzt ich habe hier so klein plan wir landen jetzt hier beim händler ich würde das schon ganz gerne zwischen dem zwischen den anderen landen kommt fast sauberer landen oder wir können natürlich jetzt hier nirgendwo mehr was reindrücken aber das ist jetzt egal 200 meter lauf mal schnell zu fuß jetzt sind wir beim ersten händler verkaufen und dann quatsch das war leider machen ich habe ich selbst wenn man die quest machen ich weiß nicht mehr wo ich den quatsch lassen sollen wir müssen den rotz kaufen das was war alles nicht benötigt ich würde ich ehrlich gesagt mal ganz kurz reparieren dann gucken wir mal vielleicht gehen wir ja schon die ein oder andere solatzelle zusammen brauchen wir zwingend nicht unbedingt aber was war man ja ja noch mal was ein händler spannend wie viel geld wir zusammen bekommen heute alles muss raus alles muss raus alles muss raus so beiden könnten bleibt den etwa auch mit ihm sollen aber gut ist egal machen wir einfach eine ganz kurze entspannte runde entspannte runde und seitdem ich einmal richtig da leben wollte habe läuft es erstmal das heißt ich müsste dann auch einmal schnippeln oder ich gucke wie schnell es halt geht nur einmal gucken hier ungefähr so in dieser richtung behaupten können wir gleich einmal gehen so mein kollege eigentlich theoretisch möchtest du uns veräppeln ne sieht das zumindest ein bisschen da noch aus naja ist mir schon klar aber jawoll da ist er aber ich würde schon gerne irgendwie raus von mir so was nehmen wir noch auf verschluss haben wir keine machen wir zusammen machen wir zusammen mit dem kaffee geht dann ja macht nie mehr arbeit auf die das bei jetzt wird sie gerade bleiben dann guck mal ein bisschen eisenklima auch verspannt was drinne ist einen noch jetzt habe ich die krass und auch aufgenommen ne naja gut 7000 zur not kann man davon auch was einschmelzen ne das heißt es war nicht komplett umsonst äh händler ab in diese richtung knüppel raus seit hordennacht lief echt genios ne echt spaß immer fürs nächste mal mal gucken ach ja ich hatte auch vor der hordennacht die zombie we spawnen auf 100 auf 130 gesetzt das heißt es wir werden wahrscheinlich auch ein paar mehr gegeben ob ich zumindest ne dann wird es noch ein bisschen interessanter und nicht allzu langweilig und die tierrate habe ich auch erhöht von 70 auf 90 glaube ich oder sowas da wird ja glaube ich dann auch die höchstens erhöht oder glaube ich zumindest jetzt nicht weil ich irgendwie fleisch haben möchte oder so ne sondern weil die halt genug haben ne oder mehr action haben wollen möchten ich drücke einfach die air taste ne hier unten haben wir unser zeug das ist wichtig und dann gucke ich drücke ich alles durch was wir verkaufen können so gehen wir ran hier wechseln das aus das aus das essen da trinken und dann hallo erst einmal durch hier vielleicht hat ja der ein oder anderen schon erdbauer da da würde ich natürlich nicht lange zögern und den selbstverständlich mit genuss kaufen ne knappenschlägerei das interessiert mich nicht ödland schätze man kann nie genug verbände haben mit dem stoff ist oftmals schwer zu finden also habe ich mir eigene pflanzen fassen lassen dass sie mich auch nicht stoff stoff probleme haben wir nicht okay auf geht's gold weg ne 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 ich wollte doch gar nicht hier wollte ich auch nicht nein wer auf der mensch ich sehe es noch kommen ne so das war erstmal der erste streich ne das hier runter komm komm bitte hier nicht auf irgendein blödsinn passiert ne so lange rede kurzer sind jaja ich komm gleich wieder mal so ich werde auch mal ein bisschen muni mitnehmen sollen wenn ich mal machen hätten wir machen hätten wir machen hätten wir machen so so weg zu weg 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 weiter geht's der 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 krater hat man wieder auch gerade noch drin gesehen ne ich wollte eigentlich nicht mehr machen müssen wir jetzt noch mal gucken so das kann weg das bleibt hier den möchte er schon mal nicht mehr weiß ich gar nicht ob ich das kaufen wollte lass ich dir trotzdem her wenn du das möchtest oder nicht ähm das pack mal wieder rein ne das will sie nicht das will sie auch nicht ja ich komme auch gleich nochmal wieder auf bis bis gleich so drei minuten 15 ähm neun sekunden ich weiß gar nicht jetzt mal welches zeichen ist ist welches für für dieses handeln das ist kürbiskuchen das ist die schelmsuppe das das heißt ähm die handeln müssen wir noch mal was machen das bleibt hier das bleibt hier der ne warte mal den kann man verkaufen das bleibt hier das wer weiß ob ich damit nochmal spielen möchte so das bleibt nicht so das bleibt hier das bleibt auch hier das bleibt auch da auch ok ja gut egal ich lese jetzt erst einmal ok ok das bierzeichen da oben das ist kürbiskuchen ist auch lange halten die passen nicht das nächste händler verdicken müssen da kommt ordentlich zusammen leute ein bisschen was einschmelzen da können wir ein bisschen was einschmelzen spritter meint nicht mehr aber das ist nicht schlimm da haben wir noch genug so aber den haben verscheuert das ist richtig ich kann mir vorstellen ich war es auch ehrlich gesagt hat nicht was was mich da geritten hat dafür danke schön du hast so gut wie alles von uns genommen so gut wie alles macht hier sogar die tür zu den händler hatten wir jetzt fliegen wir einfach hier oben einmal hin verkaufen den rest da und dann guck mal ganz gut was er hat und ansonsten so weit ich weiß müssen wir einfach nur geradeaus bin ein bisschen so machen müssen wir eigentlich wieder höher gehen das müsste unsere stadt da vorne link sein und wir müssten glaube ich einfach nur mit gucken ist gefährlich geht aber für die restlichen zwei drei teile da haue ich jetzt aber auch kein dings mehr rein dann das kann er denn so haben wir gucken dann halt noch mal was er schön hat ansonsten würde ich aber behaupten das rufen wir uns jetzt da hinten drinnen was wir uns gönnen würde ich sagen da sind ja auch ein paar gebäude hier dann noch so hier vorne müsste schon der händler sein genau aber der macht schon spaß zu fliegen so ein bisschen beiseite und dann geht das da ist der händler ich weiß nicht warum ich die handeln muss egal wir haben noch eine minute ich weiß nicht ob die schämmsuppe ist oder nicht das ist mir ja ja hallo welkom 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 83.000 die schämmel einmal ein bisschen luki luki mal so hast du zu belegen bei sein er hat auch für uns das sieht nicht danach bauplan und dort bütland schätze viermal vier track ja ja genau die tue zu nur weil ich heute nicht bin so lange rede kurzer sind wir rüsten uns wieder aus was wird das mache ich auch nicht so machen wir eine kleine überlegen so und das hier einfach das das davon ist wieder so ss gebäude das interessiert mich eigentlich nicht wirklich wenn ich ehrlich bin dass man interessiert mich auch nicht ehrlich was bist du polis wollen wir uns das mal an tun da habe ich jetzt gerade die freie steuer war ja ich würde sagen dass du mir das ganz einfach mal anders polizei oder ich weiß nicht mehr was da drin war und allgemein was da los ist aber lange rede kurzer sinn zack die tür aus die mausknüppel raus wenn er aufkommt das ist ich weiß nicht hier vor allem ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ja wo bist du denn die entriegelt ist das für ein büro hier in zumindest nicht wenn ich es sagen ja da klopft du mäuschen sagt das doch das stimmt nicht das ist ich würde sagen dass sie ist der schulungsraum davon aus jetzt mit hier so eine reine jeweils einschlag ein bisschen plastik wenn es einschlag ist es okay dann geht das ratz ratz die ganze geschichte wunderbar sagen und sagt er droppt die schatzkarte so ich verschlossen ich weiß zwar ob das oben irgendwie reinkommen oder von der anderen seite aber ich hab jetzt ehrlich gesagt keine lusten drauf wir gehen heute da lang alle möglichen küchenkram den kann ich eigentlich auch gleich hier verändern zack verändern zack verändern und zack 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 watz 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 ratz watz hier hier waren wir vorne da hat glaube ich die gute dame geklopft genau weiß nicht ob ich da rein will aber wie viel hat so eine tür das ist wahrscheinlich auch mal die haben 7000 ist das dein absoluter ernst ich bin dass in der tür da nicht da wird nicht so wichtig ist drin höchstwahrscheinlich ist ausgerechnet da die absoluten macken drinnen aber ich glaube ich glaube das treibt sich drauf oder jetzt mal ernsthaft beim besten will nicht 300 meter ist der airdrop entfernt hier werden wir jetzt halt auch noch gehen knippel raus hier sind wir jetzt hier umgeguckt ne ja 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 komm gerade kommen sollte tun wir uns das nicht aber da sind die fehler mit 250 75 da kann man die fehler dann doch ruhig nur auf aufbauen waren da jetzt zwar nicht gerade hier im blut drin der hier sind so da brauchen sie auch geworden aber wenn man so die hühner dinge haben aber wir haben ein problem wir haben ein problem leute weil ich wahrscheinlich gleich schnell noch mal kurz ein schritt ja 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 das ist gerade sie diese munition mit der druck drauf schießt da war das die diamanten klinge kommt doch gleich oder da ist er doch schon ich hab mich doch schon die treppe umlaufen hören na gut was für ein hinlader aber egal so ich mach noch gleich ein schnittlein dann holen wir uns nach airdrop und ab nach hause haben wir heute eine schöne videofolge für wochenbeginn das war geil wie ist geil tatsächlich beide nach weil ich bin da echt ein überlegen ein bisschen mit der spiel das war da jetzt auch eine schöne sex ein bisschen modifizieren hier wollen wir nicht weiter ein das war es der gute freunde sind wir so schnell ausdauerlos oder machen wir die beiden noch weg die schuppe der motor nein kommt das hat doch schon mal ganz gut funktioniert oder das wetter mal schnell nach hause das ist wieder was für ein händler zack leute 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 gibt es gleich richtig 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 der mitsch okay aber so ab nach hause okay natürlich noch in der jubung war dann mal nicht vergessen ab nach hause nächsten folgen holen wir uns ein quest und dann machen wir die quest ich mache das alles hier weg mal gucken wo wir die quest bekommen vielleicht fahren war oder die fliegt das finde ich halt sehr sehr positiv dass wenn ich immer dieses weil es hat keine straßen gibt irgendwie oder ich habe sie halt nicht gefunden oder eine andere geschichte aber ach wir sind da leute das ist der baum jono überlebt hat er wundert mich an die online gar nicht so einfach gar nicht so einfach echt nicht so einfach aber es macht trotzdem fällischen spaß leute ich wünsche euch einen schönen abend schönen tag je nachdem man euch die folge anschaut ich hoffe der ausgültig gefallen ciao ciao oh 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 oh